Reisen ist wie verliebt sein. Selbst die vertrauteste Umgebung erscheint einem neu. Die Wiss Reisen AG ist ein Transport- und Reiseunternehmen mit Sitz im soloturnischen Buhningen. Die Firma besteht seit über 60 Jahren und wird von Reto und Susanne Wiss erfolgreich in der dritten Generation geführt. Reisen Sie sparsam, umweltschonend und sicher. Durch eine gemeinsame Reise wird der Teamgeist gefördert. Genau zugeschnitten auf die Teilnehmer- und Unternehmenskultur kreieren wir für Sie unvergessliche Momente. Bereits ab 5 bis 6 Teilnehmer führen wir kleine Gruppenreisen durch. Und mit unserer modernen K-Flotte stellen wir Ihnen für jede Größe den passenden Ausflug zusammen. Unsere Reisen sind mit Sorgfalt geplant. Wiss Reisen AG Wiss Reisen AG